mit dir macht man schon was mit doch mit dir ja ein ballet habe ich aber das ist viel zu wenig das weiß ich jetzt schon das macht aber nichts da kann ich ja gleich noch ein bisschen was glaubst du denn ja 4 sticks oh warum sagst du denn was darfst du aber nicht nein ist nicht nett warum nicht das geht hier aber nicht so das platz gleich warum hat er das umgestellt da habe ich verarschen was hat er umgestellt immer noch ein stick mit und ein stick tomaten und und oder so weil du das stehst ja weil mein sister baut ja nicht auch mit komischer boob also hier fehlt jetzt noch cheesy jetzt nimmt er wieder auf komisch f3s und dann lebt er wieder komisch 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 bei dir ich finde das immer noch nervig mit dem back dass sie den ausgenommen haben der unendlichen menschen schöner schöner kleiner ananas nein anna macht die ananas anna das anna das späbis oder wir haben kein ballet aber alle kennt bauwies du bist behindert bei der unendlich bett ok bühnen zu dunkel mittelsen ja egal oder was ich bin auf dem feld und es wird dunkel oder das nämlich gerade gefragt dass ich bin ja unendlich ja deswegen ja ja deswegen kannst du pennen gehen nein wieso sollte ich ich möchte extra da hinlaufen warum ich hasse dich warum hast du mich denn ich dich hasse jetzt du weißt aber wenn ich zeige ich mache das nicht mache ich es trotzdem ja wo kannst du sagen du gehst weil du auch mal nett sein kannst das war das auch zu viel jetzt brauche ich noch onions und barley haben wir noch nicht angepflanzt wo sind onions gesprochen von irgendwo dahinten irgendwo am anderen ende des felds an dem mittel das brokkoli nein wo denn rechten rechten von dir da kommen was anders war mir Hä? Spy-leaves? Ah, das andere Waschbien hat. Hä? Hä? Müsste eigentlich da drin sein, irgendwo. Wenn dann, hier sind Onions. Före ich doch. Irgendwo dahinten. Ja, auch irgendwo dahinten. Ja. Ist klar. Ich mach präzise Aussagen. Weiß. Deswegen irgendwo dahinten. Das dann mit deinem Augenblick, das wird dann mal so. Warum hab ich denn Onions. Der ist? Keine Ahnung. The fuck? Was ist das? Tentus Lefter Game, tschüss. Noch Disconnected neben. So Dis-Discord-nected. Wie ist denn da mal los? Weiß ich nicht. Ich gucke einfach mal Task Manager, ob irgendwas läuft. Eigentlich nix, ne? Äh, irgendwie sagt doch deine Internetleiste, also bei Multiplayer. Oh, jetzt ist sie voll. Grad war es echt weggedroppt. Grad war es echt weggedroppt. Warum ich jetzt mit einmal so wenig FPS habe ich keine Ahnung. Weiß nicht. Weil, darum vielleicht. Auch wenn ich die Aufnahme beende, ist das immer noch. Komisch. Ich werde immer neu. PC oder was? Oder Minecraft? Hm? PC oder Minecraft? Minecraft. Ja. Hamburger habe ich mit. Ja. So meine Villager, ich komme wieder. Ich habe für jeden seine Sachen mit. Jetzt komme ich da an, alle Villager tot. Das wäre was, ne? Das wäre echt voll kacka. Ich glaube nicht, das sind echt nette Villager da hinten. Die hauen nicht so schnell ab. Diese Schätzen meinen, mein Gemüsehandel echt. Alles klar. Ich weiß auch gar nicht, wo die ganzen Emeralds aus herziehen. Zum Arsch. Die haben bestimmt eine illegale Emerald Farm unter ihrem Tal da. Das ist das Tal der Ahnungslosen. Da kommst du her. Nö. Du bist der Bürgermeister von dem Tal der Ahnungslosen. Aber sowas von. Nein. Oh doch. Nein. Ah. Tendus joint the game. Quatsch. Das tut er doch nicht freiwillig. Ne, unfreiwillig. Irgendwas wieder los. Oh. Keine Ahnung was das war. Ich mag echt gern diesen blauen Himmel von Minecraft in der Hölle. Das sieht so scheiß aus. Wie du halt, ne? Ich bin echt hübsch. Ne. Ich bin ein hübscher Mensch. Nein. Klar, ich bin ein hübsches Bübschen. Ja, das wäre ja. Ein hübsches Bübschen. Das glaube ich dir. Auch das Wort, ne? Hm? Auch das Wort glaubst du mir das. Mhm. Oh meine Villager, ich hab was für euch. Gemüse von mir. Sag nicht wo das herkommt. Auf seinem Arsch. Das hast du gesagt. Du ekelhafter. Was genau Vanillabacken? Vanillabacken? Oh, du willst Wolle haben? Da müssen wir aber was ändern. Wo willst du Wolle haben? Wolle, Wolle. So, die ersten fünf Schmaragde sind wieder meine. Schmaragde? So, dich hab ich auch glücklich gemacht. So. Hört mal ran. So. 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 Zockst du eigentlich immer noch Arsch-Age? Ja sicher. Immer noch? Ja sicher. Ja sicher. Ey, ich zock das jetzt nicht mehr so extrem. Ich zock das nur noch, äh, um sie einfach zu halten, die Accounts. Ich bin schon so ein bisschen behindert, ne? Nö. So. Wer ist jetzt glücklicher? Okay du brauchst Wolle, das ist klar. Okay. Peanuts. 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 Da komm ich gleich wieder, meine Freunde. Peanuts. Deine Worte Wolle. Wolle kriegen wir auch hin, das schaffen wir. Wolle, Wolle. Was mit dir? White Mushrooms. Ich glaub die haben wir nicht. Aber ich glaub die konnte man irgendwie anbauen, ne? Mushrooms. Mushrooms. Oh und Starfrucht Zeps. Oh, den nehm ich ein Starfrucht Zeptling. Dann nehm ich gleich vier Stück vor und gib mal her. Ein Starfr... Das ist ganz geil. Was ist mit die hier jetzt? Und du... Okay. Komm wir tauschen... Ein Emerald King, fünf Äpfel, das ist okay. Mein Gott. Oh, Garlic. Das ist ganz gut. So. Was hast du mir noch einen zu bieten jetzt? Ein Apfel, okay komm. Ein Apfel, selbst denk. Nehm ich die auch noch ab. Vielleicht hast du wieder was neues gleich für mich? Komm, Spuck. Du bist ein glücklicher Mensch. Hast du noch was für mich? Oh, warum das denn? Ein Emerald King, acht Cookies. Was ist falsch mit dir mein Freund? Du bist wie so Tante Emma laden. Du hast nur Scheiße bei dir momentan. Und ein Lemon Tree. Nehm ich gleich zwei Stück mit. Dankeschön. Hast du noch was für mich? Komm. Ich will paar Emeralds tauschen. Werd glücklich. Danke. Oh Radieschen. Werd itch. Komm gleich wieder. Ich diele nur. Ich bin ein richtiger Drogendealer. Warte mal. Was brauchst du? Wie viel? Wolle. Immer. 17 Stück. Achso. Okay. Egal. Ich komm nicht wieder. Bleibt schön hier alle im Haus drin. Ich könnte euch eigentlich mal zusperren hier. Ich mach einfach zwei Carpenter Blöcke vor. Ja. Dann kommt der da auch nicht mehr aus. Mach das mal. Schönen mal an. Du Herr im Cap. Gut Nacht. Ein Börger... Ja, das passt zwar. Zwei Börger immer. Ohohohoho. 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 Ohohohohoho. Oh, neverworlds! Ich so diese Emerworlds. Haaaaaaah. Emerworlds. und ich habe irgendwie ist mein desktop kaputt an einer stelle immer wenn ich springe floppt da so ein schwarzer fleck auf wird immer so größer wenn ich springe ach quatsch das scheiß egal alles klar schon mit schon viertel vor zwei aber aber hat aber die habe ich immer im kurzen moment